Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Super Mario Brothers. New Super Mario Brothers. You together. Mit wem? Ja, Nico halt. Oh, nicht schon wieder der echt. Ich kann ja selber nichts dafür. Ich gehe mir ja selber auf den. Ja, ja. Es tut mir leid für dich. Wir sind gleich mal hier im Uphouse und werden unsere Uphgeilheit befriedigen. Oh yeah. Hoffentlich. Geld! Geld! Oh, scheiße. Ja, da habe ich es verkackt. Ich nicht. Oh, ich habe aber keinen Timer gestellt. Das muss ich gleich noch machen. Okay, ich habe jetzt gleich mal einen zweiten eingesammelt. Ich habe schon zwei gute, aber das war's auch. Ja, ich habe jetzt dafür auch zwei gute. Jetzt habe ich einen Bösen. Ich habe einen guten. Wow, da habe ich was Bösen eingesammelt. Wunderbar. Oh, ja. Okay, den habe ich aber noch bekommen. Wunderbar. Das war schlecht, aber du hast den guten mitgebracht. Ja. Gut und schlecht. Okay, ich weiß, wo habe ich Handy. Da habe ich Handy. Ja, vier. Was ist das? Aha. Da sind Ups. Hannes Iberle benutzt. Nur ein Weiber. Ähm. Da. Uhr. 20. Start. Bitch. So. Ich versuche gleich mal die Super-Eichel abzugreifen. Ja. Oh. Das war eh klar. Ich wollte es eh mal zeigen. Ja. Wobei haben wir das Super schon? Neh, ja. Bleib einfach mal hier stehen. Haha. Ganz easy pieces. Nächste. Nächste sage ich immer easy piece 7. Die hast du irgendwie anders. Easy piece 5. Ja. Oh. Schon wieder ein Stern. Ich schmeiß mit den Stern raus. Auf keinen Fall. Noch klar. Hau raus. Oh. Danke. Was? Ja, nix. Oh. Und wieder kein Platz mehr. Die fliegt gleich wieder der Stern raus. Ja. Raus mit dir Stern. Wir haben nur drei Items im Moment. H. 4. Achso. 3. Pi-Eichelzellen. Also nicht als Item. Ja. Du. 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 Mörder. Wieso? Oh. Ich habe die V-Mode übrigens gar nicht um meinen. Wow. Das war aber. Um meinen Scharm gemacht. Was meinst du? Ist das jetzt illegal? Ähm. Ich mache sie gleich mal. Guck mal. Guck mal. Da ist ein Lego-Männchen. Also nicht im Spiel. Ähm. Da auf dem Simpsons. Ach. Steht da. Voll cool. So. Ähm. Wie heißt denn das Level? Äh. Habe ich jetzt nicht gelesen. Also irgendwie ist Eis zapfelt oder sowas. Ist Eis zapfelt? Ja. Irgendwas mit Eis zapfeln stand da. Ich bin gerade nicht zufrieden. Ich bin nicht zufrieden mit meiner Leistung. Ja. Du. Du lässt die. Die Eis zapfen auf mich drauf. Fallen. Ach. Wer ist jetzt wieder schuld? Ja. Lol. Wie geil. Springt einmal irgendwie hoch. Ob da irgendwie was da können ist. Das kann ja gar nicht sein, dass da no versteckt ist. Ich glaube schon. Nein. Das wäre ja eine absolute. Skandalös. Die Tendo-Schande. Ups. Das wenn ich schon mal was finde, dann nirgends was versteckt ist. Das ist ja nicht versteckt. Da ist nischt. Aber hier wäre etwas gewesen. Echt? Ja. Sieh mir die sichere. Das sieht man doch. Tut mir leid. Leid. Leider leid, würde ich sagen. Guckst du. Ah. Na toll. Ich hab sie noch. Nein. Ja. Okay. Ich hab sie jetzt ehrlich mehr. Ja. Wir haben jetzt ein paar. Ey. Ich komm hier nicht mehr lang. Oben rum. Ups. Vielleicht komm ich halt auch unten lang. Unten ist cooler. Ja. Diese Ace-Level machen mich verrückt. Machen sie mich. Ja toll. Meins fliegt mal wieder runter. Die Hüge noch nicht. Das ist weg. Das hab ich zweimal beim Shaken. Wir haben irgendwie noch gar nichts. Das ist nicht gut. Echt. Wie sollte man hochkommen? Ach mit dem Hamerebügel. Hamerebügel. Okay. Eines Dark-Ein haben wir dann zumindest mal. Ich glaub das die erste ist. Das ist zu beschleifend. Ja ich glaub die erste war bei dem Eis-Zapfi. Ja. Das kann gut möglich sein. Bin ich mir ziemlich sicher. So. Ich bin ja eigentlich. Ich find optisch die Eis-Welten immer ziemlich hübsch. Aber ich find sie zum Spielen einfach ohne den Pinguin. Anstrengend. Ja. Die Eis-Welten zählen immer zu meinen Lieblings-Welten muss ich sagen. Ja ich find sie auch cool. Aber wie gesagt. Vor allem hier der Hintergrund. Hier fehlt mir jetzt auf jeden Fall eben. Ich kann's immer nur. Aber wenn. In der Hintergrund. Er ist einfach nur. Geil. Woah. Ach ich glaub da hinten war auch was. Ah. Gerettet. Ja. Da hinten war wahrscheinlich die dritte. Auf mir denn. Ja. Da oben ist die. Warte mal die können wir jetzt auch so holen. Huch. Fast. Warte. Irgendwie duckt sich mein Mario mit dem Controller so komisch. Okay. Also wir kamen jetzt aus der Röhre raus. Und füllen wir jetzt hier rein. Ja das ist halt die die. Vorteil. Die Vorteil des Multiplayer. Ja die hätte man sich jetzt auch mit dem Gamepad holen können zum Beispiel. Aber wer macht das schon. Ja. Hm hm hm. Wir und so. Dann gehen wir mal kurz da rein und nachher wieder in das Level. Oh yeah. Ich find's cool wie es auf dem anderen Bildschirm hier immer schön verzögert ist. Diesmal merke ich mir nur den Tod. Weil sonst krieg ich's eh nicht hin. Okay. Ich merke mir die Eisblume. Ob wir da eine oder zwei kriegen ist gerade egal. Ja. So seh ich das eben auch. Nein das ist der falsche. Nein. Oh der Mensch. Der sieht sympathisch aus. Ich hätte den hier drüben genommen. Der hier ist ich. Boah hier sind alle Farben vereint. Ja aber immerhin wir haben eine. Wir haben ja das ganze Inventar voll geschissen mit Zeugs. Ich muss ja wieder so ein Stern gehen. Bis wir irgendwann keine Sterne mehr haben. Wir rotten die Sterne aus. Ja. Dann warte mal. Was werden dann geschickt? Guck mal jetzt. Guck jetzt mal wie die ähm. Ding heißen. Das Level. Ja. Eis gezapft ist. Ah. Wie ich einmal sagte. Ah zapftis. Eis zapftis. Ich find das cool. Bayerisches Level. Ich mach jetzt mal eine Pi Eichel. Äh ohne Pi. Ne. Eichel halt. Find ich gut. Warum auch immer. Aber ich mach das jetzt. Ich dachte gerade. Wieso gehst du noch nochmal rein? Hab ich. Oh was ist denn da oben? Ist da irgendwas? Nö. Okay. Schade. Glaube ich nicht. Also. Würde die mich wundern. Ja. Mich auch. So. Diesmal sollten wir. Schneller sein. Warte dann mal da drüben. Ich geh erst wenn die. Eiszapfen weg sind. Weil die fallen dann immer auf mich runter. Oh. Na toll. Das war's auch schon. Bin ich nicht gut. Juuuut. Das sind auf jeden Fall die Münzen. Wenn es möglich ist. Warte kurz. Warte kurz. So. Kommst du? Ja. Ach die haben die. Das sind so. Feuerimmunkäfer. Feuerimmunkäfer. Oh was bist du für ein. Ach ich bin so ein Feuerimmunkäfer. Nice. Aber ich konnte echt nichts dafür. Ich wollte nämlich eine Stammattacke machen. Wie du gesehen hast. Auf dich. Ja. Das habe ich nicht gesehen. Aber. Ich glaube dir. Nein. Die Feuerbrüder. Äh. Eis. Eisbrüder sind immer viel overpowered. Oder wie wird der. Ähm. Eisblume. Die haben doch so ein extra Feature. Und zwar das Springen. Oder was. Was? Was haben die so ein extra Feature? Äh. Dass du ein Leben verlierst. Dass du getroffen wirst. Und eingefroren wirst. Okay. Das stimmt. So. Ich wollte euch noch zeigen. Darum bin ich jetzt auch so durchgespeedet. Wie man die Starcoin Regularie bekommt. Warte noch auf mich. Warte noch. Nein. Warte noch auf mich. Ich will auch da hoch. Fick es. Ich will das Leben auch bekommen. Ja. Dann sprinte mal. Also ich finde es so geil. Ich gucke immer, wenn wir das Level abgeschlossen haben auf dem rechten Bildschirm. Das ist wie so eine Wiederholung. Und dann sehe ich es nochmal. Das ist echt cool. Oh. Eine coole Zeit. Weil wir da unser Aufnahmeprogramm aufhaben. Genau. Und das ist halt immer ein bisschen Zeit verschoben. Los. Also wir kennen es eh. Ja. Ja. EIN MINI-PIT. Alter, wie geil. Das war alles negativ von dir. Was? Das war alles negativ von dir. Ach so. Oh, wir haben sogar Platz. Passend, passend. Wir müssen gar keinen Stern kicken. So, ich weiß gar nicht. What the fuck. Was ist da oben? Das sieht es mir irgendwie. Ich weiß nicht, aber ich finde, das sieht es irgendwie aus, ob da ein Secret Exit wäre. Ich glaube eher, da ist ein... Dankeschön. Ich glaube eher, da ist ein Geisterhaus. Ach so. Ja, das ist sogar eine sichere Angelegenheit. Wenn hier unten mal nichts ist. Ja. Wow. Sorry. Mann, das geht sein Leben für... Warte, ich gehe da drauf. Ja. Nein. Waren wir gleich nochmal. Wow. Alter. Really? Bleib mal da drauf stehen. Nein. Haha. Du musst springen gehen. Ähm, ja. Bleib mal da drauf stehen. Stell dich da drauf und dann springen. Ich nicht. Ich bleib jetzt einfach drauf, okay? Ja. Nee. Nicht? What the fuck? Vielleicht hier. Ach so. Glaubst du? Ja, why not? Nein. Okay, Achtung. Ja. Sehr schön. Ja. Und jetzt noch einen epischen Abgang. Epischen Blase. Yay. Nein. Nein. Das meinte ich eigentlich nicht. Okay. Wie kommen wir da hoch? Wir müssen auf den Kugelwilli springen. Ja. Was ist solche Starcoins? Neben Super Mario Bros. gibt es eine solche Starcoin. Das muss man nämlich genau auf den Kugelwilli. Ich glaube, wir stehen da drauf und dann schießt der ja nichts. Oh. Das ist nicht so schön. Kommst du mal ganz nah an die Kanone, bitte? Das sehe ich dann nicht, wenn da drüben was abgeschossen wird. Fuck. Es war fucking. Fucking 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 fucking. Solches da können sie echt... Mies. Mies. Fuck. Wir sind ja runter. So. Nachdem sollte ich das machen? Oh, und ich hätte noch gerne den Pilz. Darum mache ich es noch nicht. So. Gut. Wunderschön geholt, oder? Du gibst doch zu. Beautiful. Das war gewohnt. Halt. Nein. Warte mal, warte mal. Nein. Na. Ich wollte dich da reinschmeißen. Sorry, aber seit dem letzten Part vertraue ich dir nicht mehr. Oder du warst vorlässert, aber keine Ahnung. Aber da hast du mit Hochheben und so... Das war ein ganz netter. Oh, feil. Oh, feil. Weil ich fast in den Zubring gesprungen wäre. Ich habe erfolgreich das Ding erst getroffen, dann eingeelst. Und ah, ich habe es gerade irgendwie nicht drauf. Ich weiß auch nicht. Ja. Geh mal weg, geh mal weg, geh mal weg. Geh mal weg, geh mal weg. Ja, ich wollte, dass du weggehst. Da unten ist irgendwas. Da hast du recht. Bleib mal da oben. Aber ich glaube, da brauchen wir ein Flughörnchen. Ja. So wird das nicht sein. Noch ein zweites Muskel. Ich möchte das aber noch einmal probieren. Aber nicht so. Ich brauche da Anlauf. Na, das funktioniert nicht. Das funktioniert so nicht. Das funktioniert so nicht. Aber da oben ist... Alter. Ja, da oben ist ganz sicher, weißt du, dass... Was, das sagt mir wieder mein Urin. Alter. Mein Urin wirkt nie. Aber, ja, komm, dann gehen wir ins Ziel und holen beides dann im nächsten Part mit Ding. Cool. Du. Cool. Jetzt bin ich gerade voll erschreckt. Alter. Uah. Uah. Wunderbar. Alter. Warte. Ich möchte mit ins Ziel. ZIE. Ich habe wirklich gesagt, du sollst warten. Zuck. Ja, ja, Nico hat eh immer recht. Ja, ich habe wirklich gesagt, du sollst warten. Ja, hast du. So. Ich, ich, ich guck mal hier. Mopsi. So, wenn wir Mopsi holen, dann können wir den Sternen los. Ja, unten eine Pi-Eichelmeer. Cool. Ja, wie cool, eine Pi-Eichelmeer. Ja, wie cool, eine Pi-Eichelmeer. Ja, ist doch wirklich cool. Zwei. Eins. End. Go. Die muss dann nicht springen. Kannst du einfach durchrennen. Ja. Spring ist aber cooler. Hey. er hat fünf Sekunden gebraucht, ihr coolen da sollte man eigentlich noch extra was dafür bekommen ich glaube schneller kann man die nicht bekommen nicht viel auf jeden Fall ja jetzt haben wir drei so äh dann setze ich jetzt mal die hier ein falls wir die da brauchen und falls da dann hoffentlich eine dritte Starcoin auf uns wir verlieren bitte nicht ich hab's nicht vorher gehabt hier ist übrigens was für dich nicht für mich, ich brauch's nicht beziehungsweise will's gar nicht haben das ist ja außerordentlich nett von dir die haben wir noch gar nicht ach wir haben keine Halbzeit betätigt ich glaub hier gab's gar keine, oder? lol 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 dann darf ich ja den jetzt, ach den kannst du holen ja wie je, du verlierst ihn wie gesagt, ich hab nicht vor, ihn zu verlieren geh mal da bitte weg ich hol's am besten einfach selbst nein du solltest nur da weggehen, sonst hab ich nicht träumt dich nicht so gut ey wir haben die Halbzeit doch betätigt ich versteh's grad auch nicht ähm, ich bräuchte hier mal deine Hilfe ich weiß ja auch grad so doch nicht wie das hier funktionieren sollte aber geh auf jeden Fall mal hier aus dem Weg äh nein 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 oh fuck äh nein, ich wollt nicht ins Wii-Menü ich wollt, dass wir wir haben's noch gar nicht beendet ach wir haben's nicht hä, ich blick's immer noch nicht äh, mach mal Blasin wir haben die Halbzeit ja betätigt äh hä, wieso sind wir irgendwie über die Halbzeit drüber gesprungen oder so ich weiß nein ich bin doch da reingelaufen ich war doch klein ich bin verwirrt wer ist jetzt die eine und dann können wir uns in der ersten und zweiten Welt nochmal eine holen wenn die wieder Response sein sollte so, wir sollten das jetzt nicht verlieren ja, wär auch doof wenn wir das jetzt hier verlieren würden ja, wär echt doof wer macht sowas schon ja komm wenn da dieses scheißhörnchen ist, ey da denkt doch niemand dran, dass gleich nach der Halbzeit so'n scheißhörnchen ist da ist keine Starcoin naja, dann kommt die vielleicht noch da ist keine Starcoin er kommt zu mir oh, da oben vielleicht achso, okay das stimmt mach den ich sichere dich nicht verlieren jetzt, gell Community ich habe das irgendwie schon auch. Ich will auch haben. Noch nicht reingehen, bitte. Dankeschön. Wunderbar. Jetzt geht er hoch, man. Okay, du kannst schon mal... Nö, ich warte auf dich. Ich bin ja ganz schnell drin. Alter, man hat nicht gesprungen. Warte. Warte. Ein paar Versuche sind okay, aber wir wollen ja nicht hier den Ruf bekommen, das LP in die Länge zu strecken. Was soll das heißen? Das war ein Versuch, man. Nicht ein paar. Achso. Nichts, das ist noch ein paar. Okay, wir klauen den Pinguin-Typ hier mal seine Eichel. Okay, das wird nicht ganz so einfach wie ich dachte. Da hab ich niemals getroffen. Das ist ein mieses Level. Loll, ich schwimme oben, mach gar nix. Ja, also schwimmen. Ja, nee, am Controller mach ich nix. Ja, aber er schwimmt, ja. Ja, ein Stern mehr. Hui. Geil. So, dann würde ich sagen, wir werden den Part mal ein bisschen frühzeitiger, weil für das Geisterholt ist echt kein Platz mehr in dem Part. Ja. Und wir holen uns auch, wie noch, die zwei Eicheln an den ersten und zweiten Längen. Machen wir, wir haben doch eine. Wir holen uns die zwei Eicheln noch im ersten und zweiten Längen. Machen wir, wenn sie da sind. Okay. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. 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 Ciao, Leute.